Ich weiß nicht, von wo was kommt. Ich wusste nicht, wo das mal ist. Oh, ich hab mich trotzdem erschrocken. Okay. Wo seid ihr, Gegner? Ich mach' alle kaputt. Ah, da vorne geht's erst in die... Oh, ist das ne Kiste? Yes, it is! Oh Mann! Nur Crap drin. Okay, dann wollen wir sofort mal... ...hier hingehen. Guck mal, was mir da entgegenkommt. Geiler Scheiß. So, mal gucken. Wie muss ich den ganzen Kram denn überhaupt anordnen? Was haben wir denn da? Schlange, Wolf und Schmetterling. ... Schlange. Wolf. Ich weiß nicht, ich werd noch heller hier. Alter. Ein Schmetterling. Alter, Vater. Zieh' euch das rein. Ist auch cool. Gleich entwickeln die sich zu Gegner und ich guck' dann. Okay, ich hab' sowas von Schiss grade. Oh Gott, was... was gehört. Holy moly. Der ist zu stark für uns, glaub' ich. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Ich bin ganz ehrlich. Kann ich den jetzt mit so nem Ding bewerfen? Oh. What the fuck? Meine... Moment. Ich hatte grad'n Level ab. Und das muss ich mal kurz nutzen. Das ist wichtig. Das ist mal Stamina. Definitiv Two-Handed. Ja, ja, ja. Aua. Nicht gut. Aua. Ich kann ihn aber auch nicht... Könnt ihr mal versuchen zu blocken? Das hat nicht gut funktioniert. Ups. Ich will doch nur blocken. Meine Scheiße, das wird noch ein schwieriger Kampf. Mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Also ich würde zumindest nochmal versuchen. Aber ich würde... Ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen. Weil der scheint... wirklich hart zu sein. Ja. Fuck you, bitch. Ach, fuck you. Das werde ich einfach nicht überleben. Das ist der Hammer. Ich kann ihn gar nicht vernünftig blocken. Scheiße. Oder ich mach irgendwas falsch. Das kann auch sein. Oh, das war auch gut. Du bist das eigentlich fertig. Ich kann schon mal weg sein. Okay. Oh jemals sein. Oh. Das war jetzt nicht so schlimm. Das war jetzt alles. Ja. Also ich würde trotzdem machen. Das kann sein. Aber ich würde schon so schlimm mal. Welchen mal. Bögen sehr. Oh. Was. Und das ist ja eigentlich. Ich, meine. Boge. Und das ist ja so richtig. Ich würde mich. da unmöglich mit so möglich gegenhalten kann das sagt sagt das ist ja geiler scheiß und nicht unbedingt gebrauchen kann wobei ich gerade richtig gesehen dass das ding tatsächlich mehr macht als das was ich gerade trage 17 und das ist light armor ist natürlich schon mal witzig aber wir probieren jetzt mal was das ist jetzt ok ja 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 Was ist ein Waffe? Das ist mal ansatzweise eine Chance. Wie ich immer aus Angst und Panik... Ist ja weg. Scheiße, ich komm hier nicht raus. Ja. Okay, ich fürchte, ich muss sofort den Rückweg benutzen. Und mich um diesen Kollegen ein wenig später kümmern. Tschüss. Muss ich mir merken. Aber den Typen... So... Nicht drin für mich. Leider Gottes. Aber solche Momente gezahlt... Auch mal. Das ist so einer dieser Leute, der entweder nicht mitlevelt... Oder quasi so eine Art Mindestlevel hat und dann mitlevelt. Und als Motto, wenn du so ein Level 3er Noob bist wie ich... Dann hast du da nix zu suchen. Hätte man mir aber auch vorher mal sagen können. Wobei... Es ist ja unwahrscheinlich, dass es irgendjemand in der normalen Hauptspiel schafft, mit Level 3 schon hier zu sein. Das wäre etwas ungewöhnlich. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ein paar Uhren habe ich dir durchsucht? Aha! Dass wir nochmal zurückgegangen sind. Wann ist der Typ eigentlich gestorben? Hier ist einfach nichts. Komm, Bobby. Ich habe mir leid für die kleinen Lichter, die mir gefolgt sind. Die muss ich jetzt leider enttäuschen. Das war nicht meine Absicht. Mein Gott, wie weit war der verkackte Weg denn? Der Hammer. Und das ist schon dunkel. Aber das macht nichts. Es ist trotzdem sonst heiß wie sonst. Okay. Meine Skelette habe ich alle gewonnen. Habe ich eine halbe Stunde da durchgelaufen. Kommt der Endgegner. Krieg ich nicht getötet. Das ist natürlich alles gelernt. Ich habe versucht zu blocken, aber habe gefehlt. Sieht da hinten ein Schiff, was aufgelaufen ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich hier die ganze Zeit ablenken lasse von irgendwelchen Dingen. Oh, es sieht aus wie ein Schiff, das aufgelaufen ist. Das sieht aus wie ein verkackter Wolf. Hello, baby. Hast du ernsthaft dieses... dieses... arme Tier getötet? Stimmt, Wolf. Oh. Nicht nett von der Wolf. Guck mal, da vorne ist noch eins. Das lebt. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, wie die Dinger überhaupt auf Deutsch heißen. Aber ich komme nicht drauf. Oh, mein Liebesfeld ist es gerade ein Schneefuchs durchs Wasser gelaufen. Ja, natürlich. Was ist das denn hier? Oh, eine Muschel. Nicht so. Ich dachte, da sind vielleicht Perlen drin oder so. Gucken wir mal, was in diesem Schiff schönes ist. Oh, da sind auch so Ice Wraiths, glaube ich. Oh, oh. Not good. Not good at all. Oh, oh, die bekämpfen sich da. Einschreiten. Ich muss... Ey, sieh los. Hat wirklich nicht stark gesehen. Ich glaube, ich habe gerade das Falsche gekämpft. Sterbt ihr, Geister des Grauens! Bäm, 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 Bäm! Ich sehe aber noch mehr Gegner auf meinem Bildschirm. Egal, erstmal hier gucken, wo hier alles abgeht. Mitnehmen, 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 mitnehmen. So, wer will mir noch im Sack gehen? Wahrscheinlich Fische. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, Fische! Was ist das jetzt hier für ein Schiff? Was stellt denn hier Fallen auf? Hallo? Seid ihr freundlich? Vermutlich nicht. Mieses Banditenpack! Bäm! Oh, ein Bogenschütze. Oh! Nicht gut. Der Dealt Gut Damage. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich brauche meine Stamina wieder. Und? Was mir gerade so auffällt. Ich war ein bisschen Leben. Steal Battle X. 27 Damage. Das ist aber schon eine ganze Menge. Muss man ganz ehrlich sagen. Ah! Iron Armor. Die macht ja... Die werden wir direkt mal anziehen. Oh oh. Die scheint es festzustecken, Kollege. Was ist denn? Ich denke, wenn wir da mehr ausgewichen ist, der Penner. Komm mal rum. Komm mal um die Treppe rum. Na? Na? Geht's dir da durch? Oh, so ist toll. Ja, 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 ja. Ey, nicht mich natzen. Der verkackte Ghost flieht. Nicht mit mir. Ich glaube, die Seaghosts haben noch so mal die Unte. Kommt mir zumindest so vor. Mal gucken, was dieses Boot noch so alles mit sich fliegt. Trite Elves hier. Okay. Creepy. Ist hier noch was? Oh, eine Truhe. Mit Gold. Unnahres möglich. Das. Das sucked. Was ist hier? Oh, die ist ja tot. Fischermen. Die haben einfach Fischermen getötet. Oder sterben lassen hier. Aber hier nicht die Axt weggenommen. Das klingt irgendwie nicht so sinnvoll. Jetzt sind es deswegen tote Banditen, weil es nicht so kluge Banditen sind. Was sind wir hier? Oh, ein Buch über Diebe. Ja, geil. Eine Expert Chest. Die ich natürlich nicht öffnen kann. Ich habe hier nicht mal einen Lockpick. Kann nicht sein, dass ich noch nicht mal einen Lockpick habe. Also Dietrich. Oh Mann. Das hat einen ja wahnsinnig. Aber ich kann aufleveln. Ja, das ist Domino. Das Domino. Das Domino. Nochmal ein Two-Handed. Ein bisschen mehr Damage. Ja, 20 Prozent ist ja eine ganze Menge. Oh Mann, ey. So viele Truhen, an denen ich schon vorbeigehen musste, weil es keine andere Wahl gibt. Ich muss das nächste Mal, wenn ich in der Stadt bin, mir definitiv die Triche kaufen, ey. Ja, guck, da habt ihr einen Fisch gesehen. Der hat so schön so viel Hüpf. Bevor wir da runter gehen. Oh, da ist schon wieder. Ist ja spritzig. Oh, das sieht gar nicht aus wie ein Fisch. Sieht aus wie irgendwas Totes. War doch nicht so hübsch. Ein toter Wolf. Ich mache ein Päuschen. Also, bis gleich.